Der apokalyptische Himself Entzauberung des Entzauberten Adolf Hitler Und wenn sie mit immer gleichen Schuld, Scham und Schande schlagern im Wald geschichtlicher Finsternis noch so laut gegen Furcht vor Wahrheit anpfeifen, die Kralshütter allein selig machender Geschichtslehre keine ihrer Lügen ist so fein gesponnen, sie kommt doch ans Licht der Sonnen Die machen selbst vor dem Allerheiligsten nicht halt Kriegsschuld und Holocaust Mein Gott, muss dem Goldhagen-Mörder-Gen-Fan und Alleinkriegsschuld-Hohepriester Professor Wolfgang Wippermann von der Freien Universität Berlin das Nazometer ausgeschlagen haben als er 2009 in der deutschen Militärzeitschrift Nummer 72 die Worte des renommierten israelischen Militärhistorikers Uri Milstein las Der deutsche Reichskanzler hatte Ende der 30er Jahre keinerlei Interesse an einem Weltkrieg Ja, nicht einmal an einem Krieg gegen Polen Und dem History-Harlekin des ZDF Guido werden die Knoppaugen aus der Höhlung gesprungen sein als ihm zur Kenntnis kam, dass im Washington Press TV vom 1. März diesen Jahres der republikanische Kongressabgeordnete Arthur Jones den Holocaust unwidersprochen als die schwärzeste Lüge des Jahrhunderts vorführte die nichts anderes ist als eine internationale Erpressung durch die Juden Direktor Raphael Groß samt seines Jüdischen Museums in Frankfurt erbebten in den Grundfesten, als das UN-Menschenrechtskomitee anlässlich seiner Tagung zu Genf im Juni vergangenen Jahres unter Absatz 49 Beschluss Die Meinungsfreiheit-Konvention erlaubt kein allgemeines Verbot des Ausdrucks einer irrtümlichen Meinung oder einer unrichtigen Interpretation vergangener Geschehnisse und in der Fußnote ausdrücklich auf Holocaust Bezug nahm, den zu leugnen Horst Mahler und all die anderen Gesinnungsjustiz-Opfer haben aus tausend guten Gründen lediglich gezweifelt, ein Menschenrecht ist Gar nicht so einfach, mir erneut strafrechtlich eins überzubraten Groß, wenn das endlich nationales Recht wird Und, ach, was mag bloß aus den furchtbaren Meinungsdelikt-Juristen vom Landgericht Mannheim-Wischinski-Meinerzagen, Freisler-Großmann und Benjamin Roos werden Sei's drum, hohe Zeit, dem apokalyptischen himself Adolf Hitler auf den Zahn zu fühlen Nein, nicht wie die Krefelder Dentistin Deprem Hennen, die mit der Erkenntnis promovierte Hitler, ein nicht rauchender, abstinenter Vegetarier, litte schlechter Ernährung wegen unter Parodontose und Mundgeruch Auch nicht wie der jüdische Gelehrte Jeschaiahu Leibovitz, der ihn in seinem Gespräche über Gott und die Welt mit den Worten feierte Dagegen kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ohne Hitler das Dritte Reich nicht entstanden wäre Deshalb ist Adolf Hitler die größte Persönlichkeit in der Menschheitsgeschichte Ebenso wenig wie Winston Churchill 1937 in seinem Große Zeitgenossen, wer Herrn Hitler selbst begegnete, fand einen hochkompetenten, kühlen, gut informierten Funktionär vor Mit angenehmen Umgangsformen und einem entwaffnenden Lächeln und kaum jemand konnte sich seinem persönlichen Charme entziehen Ehe er ihn, drei Jahre später, im Krieg setzter Delirium zum Gangsterboss von knapp 70 Millionen Hunden, einige sind heilbar und andere tödbar, umfunktionierte Und gleich gar nicht wie Berufssudler vom Schlage eines Thomas Weber, der 2011 in Hitlers erster Krieg den todesverachtenden Meldegänger des Regimentsstabs zum Feigling und Etappenschwein degradierte Auch der zeitnah zu erwartende Sensationsschnüffel, dass die Enddarmflatulenzen des Invernalischen entschieden Zyklon bestichig waren, kann nicht weiterbringen Ohne Antifaschaum vom Mund, ohne Rassenzeter und Judenmordio gilt es, sich aus dieser Figur gelassen, souverän und kenntnisreich zu nähern So wie Geschichte eben geht, wenn sie nicht zur Hure der Herrschenden verkam Hilfreich ist dabei ein Blick in Adolf Hitler, Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944, 2000 Nein, nicht im Bunker zu Braunau, sondern bei Orbis zu München erschienen Authentische Aufzeichnungen zwanglosen Plauderns im kleinen Kreis anlässlich nächtlicher Teestunden Herausgeber und Kommentator Werner Jochmann hat offensichtlich den Political Correctness Schuss nicht gehört, wenn er Hitler hohe intellektuelle Fähigkeiten zuerkennt Und auch der noch nicht in Gänze re-educationierte Leser kann sich der Verwunderung nicht erwehren, über welche Kenntnisse der Autodidakt zu Kunst, Architektur und Musik vor allem zu Geschichte und Politik verfügte Wie aber mag es den NS-Verdammungs- und Verteuflungsindustriellen ums antifaschistische Berufsgutmenschenherz bestellt sein, wenn sie Sätze wie diese lesen? 8.9.8.41 Was die Planmäßigkeit unserer Wirtschaft anbelangt, stehen wir noch ganz in den Anfängen Und ich stelle mir vor, es ist etwas wunderbar Schönes, eine gesamtdeutsche und europäische Wirtschaftsordnung aufzubauen 2.8.41 Wenn all unsere Städte das Münchner Faulschlammverfahren zur Gasgewinnung ausnutzen würden und Aber die Zukunft ist sicher, Wasser, Winde, die Gezeiten 11.11.41 Eines aber kann ich den Fleischfressern sagen Die neue Welt wird vegetarisch sein 2.9.43 Persönlich verstehe ich überhaupt nicht, wie man zum Vergnügen schießen kann Ein Reh umbringen mit all diesen Phrasen 28.8.42 Auch das Regime der Araber in Spanien war etwas unendlich Vornehmens 2.2.42 Dabei liegt doch der Fortschritt darin, dass den Menschen das Leben schöner gemacht wird 17.2.42 Das dritte der wichtigsten Bücher nach Don Quixote und Robinson Crusoe war eigentlich Onkel Toms Hütte Er, Faustschott Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft Europäer, Ökoaktivist, Rohköstler, Tierschützer, Islamversteher und Humanist der ersten Stunde mehr als Wippermännchen, Knopp, Groß, Weber und der Ente am Spezialist ertragen können Kriegstreiber, Diktator, Rassist, Antisemit So ihr Schrei aus zugeschnürter, kollektiv gequälter Kehle Um es vorwegzunehmen, als Kriegstreiber war Hitler ein Weichei Zwar erkannte er am 6.9.42 glasklar Den Luftkrieg mit Bomben haben die Engländer angefangen Wir haben vier Monate gewartet Bei uns sind immer die moralischen Hemmungen Konnte es aber nicht lassen, sich friedensmäßig einen einzuspinnen 7.1.42 Für England kann es sich nur darum drehen, ob ihm Indien bleibt Ein Sonderfriede müsste ausgehandelt werden 15.1.42 Es gab einen Moment, da konnte England in voller Reputation Frieden schließen Vor einem Jahr Gewinnen wird diesen Krieg, wenn überhaupt gewonnen wird, nur Amerika 6.2.42 Wenn die Engländer in letzter Minute einen Mann hätten, der ein klarer Kopf ist So müsste der noch heute Frieden schließen, um wenigstens etwas zu retten 3.9.42 Ich verspreche mir immer noch einen Nutzen davon, dass wir betonen Wir führen den Krieg nicht gegen das englische Volk, sondern gegen die kleine Führungsschicht Da war Churchill von anderen Schrot und Korn, als er es am 3. September 1939 dem Tag der Kriegserklärung an Deutschland auf den Punkt brachte Dieser Krieg ist ein englischer Krieg und sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands Daran mäkelte Hitler noch 42 rum Es ist schade, dass man wegen einem besoffenen Kerl Krieg führen muss Anstatt Friedenswerken wie der Kunst zu dienen Auch gegenüber Kriegserklärer Frankreich konnte er seine Gefühlsduselei nicht lassen 17. und 18.10.41 Wir haben beim Luftangriff auf Paris uns auf die umliegenden Flugplätze beschränkt, um die alte Kulturstadt zu schonen Und es hätte mir weh getan, eine Stadt wie Léon mit ihrer Kathedrale angreifen zu müssen Diese Verweicheierung schien Methode zu haben Ist doch in Nicholson Bakers Menschenrauch nachzulesen Göring ermahnte seine Piloten, beim Bombardieren französischer Städte Rücksicht auf Kathedralen zu nehmen So wurden Amiens, Rouen, Chartres verschont Zwar habe es hier und da ein paar Splitter gegeben, doch die kostbaren Kirchenfenster seien Gottlob vorher entfernt worden Mitten im Krieg sorgt sich der Generalfeldmarschall um gegnerische Kirchenfenster Komische Heilige diese Deutschen Churchill nicht Wir werden Deutschland zu einer Wüste machen Und Es gibt eine Sache, die Hitler niederwirft Und das ist ein absolut verwüstender Ausrottungskrieg durch sehr schwere Bomber von diesem Land hier gegen die Nazi-Heimat Anstatt wie die Sowjets am 24. Mai 1945 auf dem Roten Platz in Paris vor dem Art de Triomphe Eine Siegesparade abzuhalten und, wie diese, die Truppenfahnen der Besiegten in den Dreck zu pfeffern Verlautbart der Ich will Baumeister sein Feldherr bin ich wider Willen Am 29.10.41 Die Pariser Oper ist im Inneren überladen Ich habe alles das nur in der Frühe gesehen, zwischen 6 und 9 Ich wollte, man fasst es nicht, die Bevölkerung möglichst wenig erregen Auch als Diktator war Hitler ein Warmduscher Vor allem ein Gegnerversteher 2.8.41 zu Tellmann Das Schlechte an ihm ist, dass er nicht so klug war wie zum Beispiel Torgler Ein 1935 freigesprochener Hauptangeklagter im Reichstagsprozess Er war der geistig Beschränktere Deshalb konnte ich Torgler laufen lassen Sobald die große Gefahr in Russland beseitigt ist, kann er Tellmann hingehen, wo er will Und hört, hört Aber an sich sind mir unsere Kommunisten tausendmal sympathischer als zum Beispiel Starrhemberger Ein österreichischer Fürst und 1923er Putschteilnehmer 29.10.41 Das ist auch nur bei uns möglich Der Minister, der mich als bayerischer Justizminister eingesperrt hat, ist mein Reichsjustizminister geworden Mein Gefängnisdirektor von damals, Chef des Gefängniswesens in Bayern 28.29.12.41 Ich sage mir, es geht nicht, dass einer verhungern muss, nur weil er mein Gegner war Hat er sein Amt nicht zu persönlichem Eigennutz missbraucht, so lasse ich ihn laufen und sorge dafür, dass er leben kann Laufen lassen? Die Ehre, Delegierte des 17. Parteitags der KPDSU zu sein, bezahlten 1209 oder 1966 mit Freiheit oder Leben 1939 waren von 139 Moskauer Parteisekretären nur noch sieben in Amt und Würnen Alle anderen, seine Kampfgefährten und Genossen, ließ Stalin erschießen Wenn Hitler die Hutschnur platzte, beschimpfte er, das höchste der Gefühle, wie im Herbst 1942, seine Offiziere schon mal als Pack von Meuterern und Feiglingen Das war's dann aber auch Als Generalstabschef Ludwig Beck 1938 die Generäle aufforderte, Hitlers Tschechoslowakei-Befehle nicht zu befolgen, verlangte er lediglich dessen Rücktritt Von den Generälen der Roten Armee fielen, ohne dass ein einziger zum Widerstand aufrief, doppelt so viele Stalins Blutrausch zum Opfer als im Zweiten Weltkrieg Auch mit Beamten, Bürokraten, Lehrern, vor allem aber mit Juristen hatte Hitler seine Liebe Not 16.11.41 Ich tue alles, um die Juristen so schlecht wie möglich zu machen, damit möglichst wenig mehr studieren Man muss diesen Beruf derartig kompromittieren, dass er nur von Leuten angestrebt wird, die nichts anderes als Paragrafen kennen wollen Schlecht machen statt ausrotten, wegsperren, verbieten und entlassen? Lauwarmer geht's selbst auf dem Gebiet, auf dem er nun wirklich was verstand, von Militärtechnik nicht 16.08.42 Drahtfunk Ich habe befohlen, dass er gemacht wird Das Propagandaministerium hat es versäbelt, weil der Postminister sagt, die Sache sei technisch noch nicht fertig Stalin hat's nicht fair, sondern gesäbelt Den Kopf vom Rumpf des Propagandaministers und den des Postministers gleich mit dazu Gegenüber Lenin, der nichts anderes als eine durch nichts beschränkte, durch kein Gesetz und absolut keine Regel eingeengte, sich unmittelbar auf gewaltstützende Macht forderte, war Hitler nachgerade ein Rechtsstaat-Fuzzi Manchmal aber griff auch er brutal durch 4.09.42 Etwas habe ich in Deutschland, Hitler war Zeuge eines tödlichen Hochseilartistenabsturzes, verboten, dass diese ganz waghalsigen Kunststücke ohne Netz gemacht werden Wenn schon kein rechter Kriegstreiber nach des Po, dann wenigstens Rassist 17.09.41 Der Slave ist eine geborene Sklavenmasse, die nach dem Herrn schreit In der breiten Masse ist der Ungar so faul wie der Russe Sich selbst überlassen, würden die Slaven nie über den engsten Familienkreis hinauskommen Die slawischen Völker hingegen sind zu einem eigenen Leben nicht bestimmt Die Eingeborenen werden künftig weit besser leben als jetzt 12.11.41 Den Ureinwohnern geben wir, was sie brauchen Reichlich zu essen und Fusel zu trinken Reichlich zu essen war für die Ureinwohner der Sowjetunion Um deren Volk ohne Raumbesiedlung ging es Schon etwas, was sie brauchten Nach der Liquidierung der Kulaken als Klasse Das heißt der Ermordung und Deportierung von Menschen, die etwa des Besitzes einer Kuh schuldig waren Konnte sich die Sowjetunion gleichwohl mit endlosen Anbauflächen gesegnet bis zu ihrem Ende nicht mehr selbst ernähren Millionen Verhungerten 24.10.41 Der Menschenaffe unterscheidet sich vom niedrig stehenden Menschen weniger als ein solcher Mensch von einem Kopf wie beispielsweise Schopenhauer 28.9.41 Den Engländern ist es gelungen, sich in der Kolonialherrschaft zu halten, weil sie sich nicht um die schmutzige Wäsche der unterjochten Völker gekümmert haben, während wir einen Schwarzen am liebsten weiß schrubben würden Rassismus pur, gleichwohl Pille Palle gegenüber dem des konvertierten Juden Karl Marx Der jüdische Niger Lassalle, der glücklicherweise Ende dieser Woche abreist, hat glücklich wieder 5000 Thaler in einer falschen Spekulation verloren Es ist mir jetzt völlig klar, dass er, wie auch seine Kopfbildung und sein Haarwuchs beweisen, von den Negern abstammt, die sich dem Zug des Moses aus Ägypten anschlossen, wenn nicht seine Mutter oder Großmutter von väterlicher Seite sich mit einem Niger kreuzten Nun, diese Verbindung von Judentum und Germanentum mit der nigerhaften Grundsubstanz muss ein sonderbares Produkt hervorbringen Die Zudringlichkeit des Burschen ist auch nigerhaft Womit Marx sei Dank die Brücke zu Hitler, dem Antisemit, geschlagen wäre 5.11.41 Ich habe immer gesagt, die Juden sind die dümmsten Teufel, die es gibt Sie haben nicht einen wirklichen Musiker, Denker, keine Kunst, nichts, gar nichts Aber Atomphysiker, deren Vertreibung die USA die Atombombe verdanken 25.1.42 Der Jude muss aus Europa heraus, wir kriegen sonst keine europäische Verständigung 2.8.42 Wenn ein Land zu evakuieren ein Recht hat, so sind wir es Aus Ostpreußen allein sind 800.000 Menschen umgesiedelt worden Wie empfindsam wir Deutschen sind, lässt sich daran erkennen, dass es uns das Äußerste an Brutalität erscheint Unser Land von 600.000 Juden zu befreien 19.11.41 Es sind die Spießbürger, die weinen, weil Juden aus Deutschland auswandern müssen 12.13.1.42 Die Juden sind das auserwählte, dümmste Volk Sie hätten um Gottes Willen diesen Krieg nicht anstiften dürfen Aus Europa werden sie verschwinden, nur wegen ein paar Narren 27.1.42 Der Jude muss aus Europa hinaus, am besten sie gehen nach Russland Hinweise auf die planmäßige industrielle Menschenvernichtung? In der Sowjetunion schon Der von Staatssicherheitschef Jeschow unterzeichnete Befehl 00447, der ohnegleichen in der Menschheitsgeschichte im Einzelnen auswarf, wer und wie viele Kategorie 1 zu erschießen oder Kategorie 2 zu lagerhaft zwischen 8 und 10 Jahren zu verurteilen waren Der Befehl sah, auf 64 Gebiete aufgeschlüsselt, die Verhaftung von 268.950 Personen vor, von denen, so viel Liebe zum Detail muss schon sein, 75.950 erschossen werden mussten Und weil alles wie geschmiert lief, wurde im Verlauf der Operation die Planzahl der zu Verhaftenden auf 753.315 erhöht Schließlich aber bis November 38 767.397 verurteilt und 386.798 erschossen Die deutsche Operation nach Befehl 00439 lief am 29. Juli 1937 an und führte zu 55.005 Verurteilungen Davon 41.989 76,2% zum Tode Warum? Weil es Deutsche waren Auch ins Land geholte Wirtschaftsexperten und geflüchtete Kommunisten 20. August 1937 Polnische Operation 139.835 Verurteilte 111.091 79,4% Erschossene 3. Dezember 1937 Lettische Operation 22.360 Verurteilte 16.573 71,1% Erschossene Kriegstreiber, Diktator, Rassist und Judenhasser? Beinahe hätte sich Hitler selbst abgetrieben 29.8.42 Vom Reichsinnenministerium wurde ein Prüfungsbogen herausgegeben Danach man ersehen kann, ob einer sterilisationsreif ist Da waren mindestens drei Viertel aller Fragen Die hätte meine liebe Mutter nicht beantworten können Ich wäre nie geboren worden So aber müssen wir seiner Statt den epileptischen Feiztanz-Zuckungen abzuzappeln Gerecht werden Gern auch mit Wippie, Kopie und Kurs Hilfe Die dienen, wenn es um Freunde, Prestige und Macht geht Jedem Herrn Statt den Untertitelung des ZDF, 2020